Wie wachse ich als Managed Service Provider? Das Erreichen deines Wunschwachstums ist dabei, vermutlich auch für dich, eine komplexe Aufgabe, oder? Das ist nicht der eine Schalter und den legst du einfach um. Und es ist auch nicht das Kopieren eines Vorlagen-Sets und dann wird das schon. Und es hängt auch ganz viel von dir als Systemhaus-Führungskraft ab, denn du bist auch in sehr vielen anderen operativen Aufgaben eingebunden. Genau in dieser Situation möchten dich ESET als hervorragender Security-Anbieter und ich als Systemhaus-Coach unterstützen. Wie wäre es, wenn du mit einem Zeitinvest von nur 30 Minuten pro Video Impulse für relevante Elemente deines Managed Service-Wachstums aufnehmen, reflektieren und anwenden kannst? In zehn knackigen Folgen gehe ich auf alle wichtigen Bausteine für dein Wachstum ein. Wir schauen auf deine Haltung, dein Geschäftsmodell, dein Portfolio, die Umsetzung der Services und kommen dann über Marketing- und Vertriebsthemen zu deiner Erfolgskontrolle. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin seit über 15 Jahren in der Führung von Systemhäusern zwischen 50 und 200 Mitarbeitern gewesen. Ich habe in den letzten Jahren mehr als 500 Coaching-Tage für Systemhäuser umgesetzt. Und das Wissen aus all diesen eigenen Erfahrungen ist in die Folgen von wie wachsig als Managed Service Provider für dich eingefürzt. Wir, ESET und ich freuen uns darauf, dir ab der ersten Folge spannende Inhalte zu liefern und wünschen dir viel Erfolg auf deinem Wachstumsweg.